Powered by Unreal Technology Das ist viel zu klein geschrieben Das einzige was ich bisher gemacht habe ist den Vollbildmodus Hier reinzukriegen Vielleicht noch kurz die Keybindings rausfinden Wir können nämlich Items usen So wie es aussieht Feuern Wir können unsere Waffen wechseln Wir können springen, wir können tilten Ach weißt du was ist mir eigentlich egal Wir starten einfach mal Als Waffe nehmen wir mal dieses kleine Mini Ding Wir kennen das ja aus Filmen wie Oh Gott wie heißt der Man in Black Wo die kleinen Waffen immer die stärksten sind Ja komm Triple Jump from the start Kann man das Achso das ist ein Perk Ich macht mir das Ich ignoriere alles Und zeige euch erstmal dieses Spiel Ja Worum geht es hier eigentlich Ja Tower of Guns ist ein Indie Game Das ich vor Ewigkeiten mal gesehen habe Und es hat so ein bisschen Hat so ein bisschen was hier Die Grafik von Oh hier gibt es Coins Ich kann hier was aufsammeln Das ist ja mal geil Oh es gibt ein Help Bot Hey Spieler Danke dass du das Spiel gekauft hast Das bin nicht ich Naja egal Ich soll mein Bestes tun Nicht zu sterben Soweit ich weiß Es ist ein Endless Survival Turret Tower Defense Gedöns Aber wir sind Wow Das sind die Gegner Oh mein Gott Die Dinger reifen mich tatsächlich an Ich muss ein bisschen besser zielen Wenn ich die Dinger treffen will Okay die kommen mir immer näher Zeug zum Aufsammeln Es ist auf jeden Fall ein bisschen hektischer Dieses Spiel Weapon Level Up Und der Motion Blur Wird mir so Auf den Auf den Keks gehen Wir bleiben jugendfreundlich Okay Ähm Ich weiß jetzt ehrlich gesagt Nicht genau Warum das hier nicht so wirklich Nach dem aussieht Was ich bisher Von dem Spiel gesehen habe Denn irgendwo geht es Doch hoffentlich weiter Hier vielleicht Ah Ich kann nicht aufmachen Level 2 Okay Und cool Die Tür ist wieder Ah ja Okay Jetzt geht es los Wir befinden uns In einem Endless Tower Survival Game Und hier gibt es Richtig viel Shit Und es wird hoffentlich Niemals langweilig Wie ihr sehen könnt Werden wir erstmal Ziemlich angegriffen Kann man die Bullets zerstören Einmal Wow Was ist das denn für ein Ding Ich sehe schon Ich habe einen Lebensbalken Ich kriege den wahrscheinlich Heute auch noch leer Drei Schüsse auf alles Dann ist es kaputt Ich müsste die Dinger Ja gar nicht zerstören Denke ich Aber ich werde es einfach mal Ein bisschen tun Press E für ein Use Item Ich habe keine Use Items Was gibt es über dieses Spiel zu sagen Ich kann euch ehrlich gesagt Nicht viel über dieses Spiel sagen Es gibt keine Möglichkeit Hier zu Bunny Hoppen Triple Jumps Okay Unsere Waffe kann also So schnell nach oben Gelevelt werden Wie sie auch wieder abfällt Versuchen wir also Möglichst nicht getroffen zu werden Ja Power of Guns Ich bin mir nicht sicher Ob ich dieses Spiel Über Game 1 kenne Was sind das Ihr seid robotische Bienen Des Todes Kriege ich eigentlich Fall Damage Ich weiß es nicht Aber es gefällt mir nicht Dass es von euch so viele gibt Weapon Level Up Das ist gut Weil ich brauche jetzt auch mehr Schüsse Äh Ja Euch dürfte ich Besiegt haben Gehen wir mal hier runter Und versuchen herauszufinden Ob es Falling Damage gibt Nein Gut Dann sammle ich diese XP auch noch auf Mal gucken wo wir hier so schönes hinkommen Da will ich ehrlich gesagt nicht hin Was auch immer ich an Falling Damage aushalten kann Das werde ich schon nicht überleben Hören wir auf mit diesem komischen Akzent Ich kann Triple Jumpen Ich sollte hier hochkommen Wie hoch ist Triple Jump? Zwei Eins Zwei Drei Alles klar Das geht ja einigermaßen Oh Die Gegner respawnen anscheinend nach einer Zeit Wir wollen allerdings nicht farmen Wir wollen weiterkommen Und es scheint sich um ein Boss Level Um ein Boss Um eine Boss Stage zu handeln Ja doch Das heißt Okay Das ist unser Gegner Der schießt Zeug Der kommt mir näher Das finde ich nicht cool Was ist das da unten? Wow Die Dinger sind hier überall Und sie tun mir nicht gut Wow Was machst du hier? Critical Hit Ist mir egal Okay also ich muss so ein bisschen gucken Wo er seine Zuckerwatteplüche hinschießt Die tun nicht so gut Wir scheinen Diabetes zu haben Oh nein Gar nicht cool Ich hab mich so ein bisschen eingebaut Hilfe Okay der hat Der hat ein Life Ich hab auch ein Life Beides niedrig Ich sterbe zuerst Gewonnen Tode Das ist der erste Schritt In Richtung Glorreiche Muss ich jetzt echt A drücken? Ich kann auch hier drücken In Richtung Glorreiche Sieg Immerhin Wir haben 3 Minuten 51 gespielt Und soweit ich weiß Ist jedes Level anders Das heißt Okay Scheint nicht zu stimmen Hi Strange Game Erstmal das Spiel begrüßen Okay Wir könnten hier direkt durch Dich kann ich nicht abschießen Euch allerdings Hugbots Die wollen mich umarmen Wir mögen Liebe nicht Wir sind allergisch dagegen Deswegen töten wir sie Ja ist ein interessantes Spiel Muss ich zugeben Kommen wir da hoch Ja hier gibt es allerdings Nichts interessantes Dich nehme ich noch mit Und das sah vorhin anders aus Was ist das hier? Oh Dankeschön Dankeschön Du hast mich gegen Gegen die Kanone gefeuert Genau sowas brauchte ich Ich bin ja nicht hier um Weapon Level Ups zu sammeln Ich bin hier um Schaden zu kriegen Dich noch Ein bisschen mehr Muss ich auf mein Movement achten Und diesmal hat es sogar funktioniert Okay Wie komme ich nun hier ganz hoch? Das ist auf jeden Fall Nicht der richtige Weg Komm schon Na bitte Okay Ciao auf Guns Helpbots Danke für deine Hilfe Wir sind in einem Nein Das ist gar nicht cool Da ist ein Fahrstuhl Den will ich haben Nein Lass mich doch nicht hier zurück Komm bitte wieder runter Kumpel Hier bin ich Ich warte auf dich Ich stelle mich lieber nicht runter Wir wissen alle Wir wissen alle wie sowas endet Und warum spielen wir das heute? Wow Alles klar Ein kleine Ein kleiner Lake am Rande Warum spielen wir das heute hier? Ich bin momentan nicht zu Hause Kann nichts aufnehmen Und hab mir das jetzt im Voraus aufgenommen Um euch so ein bisschen was Zu zeigen Heilige Das Ding sieht gefährlicher aus Als hätte man alles was letzten Raum Ach du Scheiße Das gibt's doch nicht Die Dinger bleiben liegen Okay Das Spiel übertreibt ein bisschen Ich muss hier weg Okay Euch Kenne ich noch Zerstöre ich Ich glaube ich hab Spreadshot Oder sowas in die Richtung Da kommen immer mehrere Kugeln raus Mama Spin Boat Okay 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 Ist diesmal zum Glück Relativ schnell kaputt gegangen Hier nochmal ein Double Jump Ich muss jetzt erstmal ein bisschen XP aufheben Hier ist noch irgendwas Interessantes Ich konnte nicht sehen Was wir gerade aufgehoben haben No Item Equipped Ne Ich dachte wir haben gerade Was interessantes gefunden Nein Da waren noch Erfahrungspunkte Ich bin schlecht darin So Sachen rechtzeitig aufzusammeln Aber schaut euch das mal an Wir haben schon relativ gute Gute Items Fliegen hier ein bisschen In der Luft rum Die Frage ist Wo geht es jetzt hin Ah da hinten Dann machen wir uns mal auf den Weg Unser Movement Speed Befindet sich bei 13 Wir haben Sogar Coins Vielleicht gibt es ja auch Einen Shop irgendwo Das wäre ja auch witzig Weapon Mod Is Bounce Ah ich sehe schon Relativ geil This is the elevator Congrats Okay wir haben das erste Level geschafft Die mögen mich tatsächlich Okay Ich hätte euch gar nicht erschießen müssen Na gut Badge Max Health Up Das ist schön Ich gehe jetzt hier mal rein Lass die Hackbots ein bisschen zurück Ich kann die eh nicht durch die ganze Stage Dragon Wir haben keine Secrets gefunden Total Secrets 0% Das ist auf jeden Fall gut Drücken wir mal Space Wir haben genau 5 Minuten Entering Foundry Foundry Solange Sonnen wir brauchen Es geht also wohl auch irgendwie um Zeit Dann versuchen wir jetzt mal Aha Aha I was made here Wir versuchen diesmal Ein bisschen auf Geschwindigkeit zu spielen Alles klar Das hat uns jetzt ziemlich weh getan Dass es kaputt gegangen ist Können allerdings jetzt hier noch ein bisschen was aufsammeln Da geht es anscheinend weiter Okay da drüben gibt es Leben Nehmen wir mit Und wir versuchen das Ganze jetzt auch ein bisschen in der Zeit zu schaffen Die uns angegeben wird Okay ich höre es wieder zu Wow Euch habe ich gar nicht gesehen Ich habe irgendwas interessantes aufgesammelt Guck mal da hinten Wo geht es denn weiter Leute ich habe keine Ahnung Okay Diese Aketen kann man auf jeden Fall nicht zerstören Wie komme ich hier weiter Hier drüben vielleicht Okay Ich muss mich wohl über verschiedene Ebenen arbeiten Versuche es jetzt auch erstmal ohne alles zu zerstören Was ich sehe Nur die Dinger die wirklich sehr bedrohlich aussehen Guck mal da hinten geht es nach oben So die ich brauche nicht Wenn nämlich die rote Kugeln heilen können Dann muss ich zu denen bei Full Half Ja auch gar nicht mehr rennen Jetzt im oberen Stockwerk In der mittleren können wir wahrscheinlich noch ein paar XP abstauben Okay jetzt müssen wir da rüber Wir haben ja zum Glück unseren Triple Jump Der uns hier bestimmt das Leben gerade einfacher macht Guck mal hier oben befindet sich Dieses Ding Was haben wir jetzt Ein Extra Jump Geil wir kommen jetzt noch weiter Oh und hier geht es eigentlich raus Juhu Wir können ja schon fast fliegen Das ist ja verrückt Okay Was erwartet uns hier Mehr böse Gegner Rolling Balls Wer sie noch kennt aus Tomb Raider Weiß wir sind eigentlich keine Fans von diesen Dingern Aber hey guck mal ich kann die zurückschleudern Das ist gar nicht mal so uncool Okay hier noch ein bisschen Gleich gibt es ein Level Up Schaut euch das Und unsere Schüsse werden immer geiler Was kann das hier Es ist ein Teleporter Der mich in die Lava schmeißen wollte Das ist sehr gefährlicher als Minecraft hier Und was auch immer da oben ist Tut ziemlich weh habe ich so das Gefühl Okay ihr könnt nicht so hoch schießen Mein Vorteil Health Up Level Up Was ist das hier Okay es kommt so ein bisschen zu mir geflogen Das Ding auch Ich glaube es geht darum Wie stark mein Bounce ausgebildet ist Dann lasst uns hier mal weiter gehen Ich glaube die 5 Minuten schaffen wir nicht Aber es ist auf jeden Fall Schon mal ziemlich interessant Was es hier so alles gibt Der Raum wirkt schon ein bisschen überladen Wo kommst du denn her Man muss sich so ein bisschen In Sicherheit begeben So ein bisschen in den Shelter Modus eingehen hier Alter ich werde Das ist eine richtige Invasion Gott Gott im Himmel Ähm Vielleicht überspringen wir den Raum jetzt auch einfach Aua Und begeben uns relativ schnell Oh das nehme ich mit Und begeben uns relativ schnell in diesen Raum Mit dem Boss Gegner Ich schieße schon mal Egal wo er auftaucht Warte mal der Raum ist der Gegner? Ist das der Gegner? Bist du der Wo muss ich hinschießen? Das da? Das Ding Shit Okay Holy Okay hoffentlich immer zwei gleichzeitig Aua Okay die Wand ist schmerzhaft Oh was ist das denn? Warum taucht das in meinem Gesicht auf? Don't come up in my face Sag mal Was ist hier passiert? Der Raum hat sich ein bisschen verändert Ich schieße einfach auf dich Irgendwie ist alles ein bisschen Schmerzhafter geworden Aber wir haben es besiegt Okay Der Raum hat sich aus irgendeinem Grund geändert Und ich konnte das jetzt überhaupt nicht leiden Und wir sammeln auch richtig langsam Nur noch Nur noch Erwärmungspunkte Vielleicht liegt es darin Dass unsere Waffe mittlerweile ein bisschen Was ist das? Item Press E Positional Reboot Switch Okay Oh ich finde es nett dass ihr mich mögt Ich regeneriere ja gar kein Leben Schade eigentlich Hier allerdings Mehr Leben Ihr könnt das nicht oder was? Ich finde es toll dass ihr mich mögt Aber irgendwie Bringt mir das nicht viel Ja ich mag euch auch Okay Auf jeden Fall machen wir uns auf In das nächste Level Wir haben Fire Force als neues Perk freigeschalten Und können wahrscheinlich in höheren Stages Hoffentlich Auch direkt in höhere Stages gehen Wir haben 30 Sekunden zu lange gebraucht Und für das Warehouse Sollen wir zwei Minuten brauchen dürfen Also Relativ schnell Zwei Minuten hier drin We find the plot Of the game in here Woa Oh Gott im Himmel Oh Gott im Himmel weg hier Das soll man in zwei Minuten machen können Okay Holy Raus hier Heilige Das wird immer schlimmer Ah Wo bin ich Heilige Super Mario war gestern Kriege ich euch kaputt? Oh ihr explodiert Und ich kriege davon Schaden Das ist noch viel besser So ein Deathcounter brauche ich in Tomb Raider Games Das ist der Hammer Okay Okay Angenehm Das in zwei Minuten zu schaffen Ist ein bisschen unnatürlich Wir haben ein neues Level Hallo Huckbots Battle your way through to the top Here in Tower of Guns Okay Achso ja wir haben keinen Ich verstehe Ich soll C halten Okay C kann uns wieder nach oben Wieder nach oben transportieren Irgend so ein Typ erklärt uns da oben was Ich hab dummerweise nicht aufgepasst Weil der Tag Speed ein bisschen höher ist als meine Attention Span Oder ist ein Item das will ich haben So Okay lasst mal den ganzen Rest hinter uns Wir wollen ja eigentlich nur nach oben Und anscheinend haben wir es jetzt geschafft Okay Schnell hier drauf Hi Ähm Ich finde euch ein bisschen Uncool Deswegen muss ich euch leider töten Okay das ging relativ schnell Lass mich durch Dumme Tür Wie soll ich mit einem Drittel leben Nur dieses Longhorn besiegen Hat der mir gerade ernsthaft Das darf nicht nochmal passieren Sonst bin ich tot Scheint ein leichter Gegner zu sein In der Hoffnung Er trifft mich nicht mehr Oh nein Oh nein Heilige Jetzt fängt das Ding auch noch an zu schießen Okay ich bin tot Da war ein Gegner Ich bin voll reingelaufen Das tut mir leid Wir haben Drei Tore in diesem Spiel Ist das nicht schön Ich glaube es gibt ein Achievement Wenn man 50 Tode hat 100 Versuchen wir uns noch ein bisschen Mit Perks Hier holen wir zuerst mal Holen wir uns doch mal den Pizzaofen Fire Force Immune to End of Damage Larus Ach environmental Okay Ich bleib beim Triple Jump Der ist auf jeden Fall sehr nützlich Und mal schauen Was uns so Erwartet Okay Wir schleudern Wir schleudern mit Das ist geil Ich habe schon wieder niemanden Zugehört Oh Mann Es tut mir so leid Aber ihr gebt Mir Ihr gebt mir richtig viel Erfahrungspunkte Jetzt fühle ich mich schlecht Ich werde es vielleicht Nur noch zweimal machen Hinein in diesen neuen Raum Das erste was ich jetzt Oh mein Gott Wo kommst du denn her Ach da hinten Der One hittet ja noch nicht mal Ich muss jetzt echt erstmal Ein bisschen XP fahren Danke für die Straßenbahn Ich mag euch auch Äh so Ich muss euch auf jeden Fall Jetzt erstmal so ein bisschen Hier farmen Weil wenn wir am Anfang Nicht irgendwie ein höheres Level kriegen Haben wir relativ schlechte Chancen Das war schmerzhaft Nicht schießen Okay Dieser Raum hat uns Schießt uns irgendwo hin Macht uns Falling Damage Ist gar nicht mal so cool Dieses Ding Und wir sind tot Kann ich mich hier umschauen Oh ja Okay Immerhin Wir haben eine neue Waffe getestet Mit der komm ich jetzt allerdings Gar nicht zurecht Das heißt Wir testen noch mal eine Waffe Den Consolation Charger Rewarding all styles of play Kill spikeball launcher Find secrets Complete stage on the part time Alles klar Alles klar Es gibt Es gibt Waffen dafür Part none Das werde ich hinkriegen Die part time zu schlagen Wenn keine angegeben ist Ähm Epilepsie verordnung Epilepsie verordnung Guckt bitte weg Okay Jetzt kann es losgehen Oh ne Shotgun Hier gibt's Kuchen This is Cake Town I've counted up your wins And losses And it looks like This is your fifth run This is the point where people Could do hell With a bit of a surprise Okay Ihr gibt kein XP Das ist schön Das ist Senet von dir Ich hab den anderen halt echt Nicht immer durchgelesen Was da so steht So Wir haben eine neue Waffe Das ist schön Moment Das war die Stage Das ging schnell Ab ins Feuer 3,51 Versuchen wir doch mal Die part time zu schlagen Also ein purer Rush Feed your feed Ich werde beobachtet We don't see Well keep going Okay Holy Okay Aus irgendeinem Grund Fliege ich nach oben Ist cool Okay Ihr seid nicht so cool Ich muss hier lang Aha Der hat die Waffe Von vorhin kopiert Ist auch nur so ein Nachmacher Ich muss schnell In den Bossraum Okay Hier ist der Gegner Oh Gott Ich werde das Ding Ich werde das Ding niemals Zerstören können In drei Minuten Irgendwas Und muss ich da hinzielen Was genau ist der Gegner Okay Hier haben wir die Handcannon Hier haben wir die Handcannon Okay Ich glaube da oben drin Bin ich ziemlich schnell Oh ja Oh ja Ähm Okay Okay ich muss mich immer wieder so ein bisschen umschauen Peng 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 Jetzt dich Jetzt dich Okay da nicht reinlaufen Leute wir schaffen das in Partime Jetzt bloß nicht sterben Jetzt bloß nicht sterben Weggehen Das Ding explodiert Okay Ganz schnell Dieses Zeug mitnehmen Und hier rausgehen Ja ist okay Weg mit euch That actually seemed very dangerous Und wir haben es geschafft Die Eggons Pride Freizuschalten Schaut euch das an 1.21 Und Wir hätten 3 Minuten 51 Zeit haben können Also eine sehr gute Waffe zum Rushen Weil sie gegen Bosse nicht so unnötig ist Weil wir dieses Spiel wahrscheinlich nicht so oft spielen werden Ich hab kein A Ah Y So Werden wir natürlich auch jetzt diese Waffe ausprobieren More Dagger Okay Ich weiß nicht was das heißt Aber wir werden diese Waffe natürlich testen Vielleicht auch diesmal wieder ein bisschen farmen Rausfinden was so die höheren Stages sind Och das ist schön Wo bin ich Linda Bist du das Ich kann dich durch die Security Sensoren sehen You need to get moving They'll find Okay Sie werden dich finden Ich find's witzig Ich hab noch keine Ahnung wo für die Coins in diesem Spiel sind Aber ich sammle sie immer ein wie so ein Vollidiot Ähm Mir gefallen Waffen die schnell schießen eigentlich am besten Mit denen kann man nämlich auch mal ein bisschen daneben schießen Mit denen kann man schnell den Fokus umändern Okay Euch lasse ich mal in Ruhe Erstmal hier ein bisschen nach oben laufen Mehr Gegner Okay Die spawnen irgendwie auch immer neu Und ich glaub die explodieren wenn sie mir zu nahe kommen Das ist so eine Art Fortschrift Fortschrittlicher Creeper Ich muss hier weg Ähm Dich nehm ich mit Dich nehm ich mit Euch zerschieß ich nur ein bisschen Oh Holy Ja bitte Ah das kostet 51 Und ich weiß nicht was Jetzt wissen wir was Coins machen Okay Da ist schon der Bossraum Ein neues Level haben wir schon mal Ah Vielleicht Schaffen wir noch eins Ich krieg auf jeden Fall nicht das Geld zusammen War das doch schon immer? Dann auf in den Bosskampf Boah Seht euch die Waffe an Die hat jetzt so richtig schöne Fire Rate Ich hoffe ihr gesamter Damage Output Ist auch nicht zu wenig Wir kämpfen wieder gegen unseren Herpaderp Herpaderp Dr. Turret Den hässlichsten Gegner Den wir bisher hatten Deswegen verstecke ich mich auch so ein bisschen Zieh mir erstmal so richtig Leben Oh mein Gott Du Kleiner Und du erst recht Ah Was hat mich getötet? Ich dachte ich schaff das Du Okay wir müssen ein bisschen mehr rumgucken Und Das ist wichtig Gibt es noch eine Waffe? Nein Aber ich habe eine Idee Ich habe eine Idee Game Mode Was ist das? Dice Roll Random Effects Das ist ein bisschen mehr rumgucken Starten mit einem Mystery High Roller High Damage mit einem Modernen Twist Unlimited Jumps Aber die Lenden Hörst Haha Jump and shoot Und bounce around Probieren wir mal Dice Roll Spiel bis du sterben Ja Machen wir doch eh Still Dialog Ach silly Silly Dialog Ich dachte das hatte irgendwas zu bedeuten Mensch Das ist einfach nur Unnötiger Ja okay dann Viel Spaß mit dem Dialog da oben Während ich den ersten Raum mache Dann habt ihr immer ein bisschen was zu lesen Währenddessen Gehe ich hier in den ersten Raum Und alles hat jetzt verschiedene Effekte Okay ich kann nicht aufhören zu hüpfen Das mache nicht ich Ähm Alles hüpft rum Ach scheiße Das ist uncool Hier ist die Tür Ob ich das aufsammeln kann Ich fühle mich Als würde ich einen Bunnyhop Cheat benutzen Und ein neuer Raum Was ist das Besondere hier drin Lass mich bloß nicht sterben Ich hab's gleich geschafft Ey Ich kann die Waffe nochmal hochleveln Jawohl Alter gibt das XP Die Waffe wird immer besser So gefällt mir das Ihr seid aber auch nicht schlecht Wow noch mehr Die Dinger sind Gar nicht mal so langsam Hier noch ein bisschen XP Ja hier noch so ne große Hier noch ne kleine Tüte Hoppa Dies noch Hier ein bisschen Leben Hallo Straßenbahn Ich hab dich lieb Okay Nachdem wir das geklärt haben Jetzt Endlos Desaster So okay Die Dinger sind eigentlich Relativ witzig Weil man weiß Von welcher Seite man sie Angreifen muss Wo kommt ihr her Ähm Ich denke mittlerweile Hat jeder ausgeschaltet Ich glaube nicht Dass sich das jemand Bis hierhin angeguckt hat Wenn doch dann Schreibt bitte Senfsoße in die Kommentare Wenn das jemand tut Dann weiß ich Wow Ich bin begeistert Wer auch immer das ist Hat sich das bis hierhin angeguckt Ein Monster Magma Spinbot Den kennen wir schon Okay Der schleudert ziemlich viel Shit umher Ist aber auch schon gleich tot Toast ist er gleich Pass auf Das war geil Die Waffe hat echt was drauf Und wenn wir sie jetzt noch auf Level 5 kriegen Was höchstwahrscheinlich ziemlich schwer ist Können wir sogar noch mehr Damage machen Hier noch ein bisschen was Oh nein Da oben war ein große XP Warum bin ich für die kleinen XP gerannt Na gut Weiter geht's Half up Stage complete Wir haben es sogar wieder unter Partime geschafft Diesmal auch das Gefühl gehabt Nicht geschummelt zu haben Ganz interessant Mysterious So Vielleicht nehme ich mal die Coins am Anfang mit Mafia Crime Lord Ich bringe dich nicht zu Courage Ich darf das nicht lesen Ich kann nicht gleichzeitig spielen Und den Dialog da oben verfolgen Der ist also ausschließlich für you Oh Gott Es wird wieder rumgebounced Und ich kann nichts dagegen tun What the fuck Was ist passiert Wo bin ich Okay Egal da geht's lang Hier ist XP Ich mag diesen Raum nicht Lass mich da rein Das kann doch nicht sein Dass ich irgendwo reingehe Und dann Den Raum mag ich überhaupt nicht Oh es ist wieder Lava Aus irgendeinem Grund überall Was sind das hier eigentlich Was hinterlasst ihr da Was steht da drauf Badge Okay Okay Ja egal Ich habe ziemlich viel XP verloren Ich mag diese Badges gar nicht Ich gehe einfach weiter Alles voller Lava Die Lava lande So nenne ich dich Diese Dinger zerstören Wow Der war ja super viel schneller Als der Rest Damit haben sie uns besiegt Guck mal da unten rechts War was gestanden Badges Perk Okay Bluegrass Guns Items Was können diese Badges Ich kann hier nicht draufklicken Win-Death-Ratio ist 0% 0 von 7 Ich verstehe nicht ganz Okay Magnet Distance Speech So ein bisschen was anderes Luck Wir haben Glück 2 Das ist wunderschön Ähm Ich gebe euch gerne Eins von unserem Glück ab Versuchen wir noch irgendwas rauszufinden Beat Stage 7 Endless Mode 24 Tanks töten 22 Items 5 Secrets Speckball Launches Hm Am ehesten können wir wahrscheinlich Stage 7 erreichen Dann gehe ich mal Endless Mode Und als Game Mode Hm Start run with a mystery Das ist gut Ich habe keine Ahnung was ein Mystery ist Aber ich muss gleich niesen Ja Ähm Okay Wir haben es geschafft What? Warum ist meine Waffe plötzlich so? Ist das das Mystery? Ich schieße Geld Naja Okay Geld scheint ziemlich schmerzhaft zu sein Das ist witzig Ich muss hier raus So Oh Gott Hier ist alles voll mit diesen Dingern Oh 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 Was ist passiert Wenn ich mich umgedreht habe Hier ist alles voll Oh Hier ist alles richtig voll Mit Zeug Die Waffe scheint sehr gut zu sein Allerdings Mehr Viecher Mehr als ich aushalten kann Und meine Maus Hakelt ein bisschen Das finde ich gar nicht so cool Ähm Hier noch ein bisschen was Ich schiebe es nicht drauf wenn ich sterbe Aber die Dinger kann ich nicht ab So ähm Dumme Maus Dumme Maus Konzentrier dich Wir sind ein Team So Hier noch ein bisschen XP Wir haben Nummer 3 erreicht Sag mal wie viel Geld haben wir plötzlich Ist es das Mystery Dass wir jetzt eine Money Gun haben Oder was Das ist ja der Der Shit hier Okay Ich glaube hier hinten geht es hoch Au Schmerzhaft 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 Ich bin die ganze Zeit gestorben Also ich meine das Ding war kaputt Ach Mystery Box Press E to use Ich schaue gerade zum ersten Mal nach da oben Probe mir das doch gleich nochmal Ist ein Level Drei Räume plus Boss Oder ist ein Level ein Raum Wahrscheinlich sieben Bosse besiegen Press E to use Kann ich jetzt irgendwie nicht Und E Ja was ist denn das Mystery Jetzt lädt sich das wohl erstmal wieder auf Mit was ist denn mit Mit Kills Nein mit diesen gelben Dingern Okay Also das Item wieder zu benutzen Ich kann wahrscheinlich alle Use Items Die existieren gleichzeitig benutzen Ich weiß nur nicht was kommt Das ist die Mystery Box Okay Ziemlich viel XP Wow Level down Level up Das geht schnell Rauf und runter Das macht munter So dich jetzt noch Und Was haben wir hier oben schönes Oh ja Meine Lieblings Meine Lieblings Toards Zum Glück seid ihr mit einem Hit down Sobald wir Level 3 haben Das ist wunderschön Dich nehme ich mit Dich nehme ich mit Und wir kommen schon in den Bossraum Das ging schnell Was ist eigentlich wenn wir kein Geld mehr haben Das passiert nämlich in wenigen Augenblicken Und das passiert auch definitiv bevor unser Gegner tot ist Ich kann nicht mehr schießen Seid ihr crazy oder was Äh Ah Ich kann Waffen wechseln Warum geht das Achso Stimmt Das haben wir uns mal angeguckt Haha Ähm Was hab ich noch Okay Nichts Ich hab ne Moneygun Wusst das die ganze Zeit nicht Ich muss aufpassen jetzt Ich hab nicht mehr viel Leben Es tut mir jetzt schon leid Oh Gott Hört auf Jetzt muss ich aber einmal voll durch die Mitte Oh explodier nicht in meinem Face Es hat funktioniert Dich darf ich nehmen Okay Wir haben Goggles Könnt ihr mir bitte Leben restoren Ey Wir machen das glaube ich wirklich So ein bisschen Aber ich muss sie dafür umarmen New Perk Tunnel irgendwas Ich find's schön Dass wir einfach keine Secrets finden Haha Ja gut So ein kleines bisschen machen wir Und ich glaube wir haben eine neue Waffe freigeschalten Kurzzeitgedächtnis und so Ist okay Wir haben das hier Wir haben die hier Wir haben also zwei Gründe Geld zu sammeln Wir haben eine Kanone die mit Geld schießt Und wir haben Ähm Wie buntig ist das eigentlich Eine Waffe zu haben die mit Geld schießt Wow Weapon Level Up Das fühlt sich an Als ob ich gerade ein Secret gefunden hab Da besuche ich eigentlich nur den Ausgang Muss ich da durch Aua Okay Wo ist denn Da komm ich her Ah Gefunden Stirbtür Endless Stage 2 Und weil ich diesen Raum Nicht mag Raus hier Gott Oh Gott Hey 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 Oh ich hab die Goggles benutzt Und wusste nicht was sie machen Aber ich krieg hier ein neues Item Da hinten kann ich mir wahrscheinlich was kaufen Aber ich hab nicht genug Geld Eine Batch mit einem Grabstein Brauch ich jetzt nicht unbedingt Heilige Warum kann ich denn nicht springen Was mit meinen Springen passiert Hier ist voll die schlechte Gravitation Ja gut Dann lassen wir uns einfach mal nach oben gehen Das ist ein ziemlich langweiliger Raum Weil es hier irgendwie nur einen Gegner gab Boah ich muss den ganzen Weg laufen Da beschwert man sich Und dann geht Jemand auf die Kritik ein Hier sind plötzlich Gegner Holy Ähm Bitte weniger Gegner Weniger Gegner Ich hab's eigentlich gemocht Als keine Gegner hier waren Oh shit So das dürfte jetzt eigentlich klappen Weil keiner von denen Ja Hier so hinschießen kann Das geht ein bisschen schneller Nach hinten schießen Dann Rückstoß und so Komm hier steht noch einer Okay Höfnites Tor Schließt es wieder Ähm Ist kein Bossraum Aber ich hasse diesen Raum Ich kenn den Raum noch Und ich bin eigentlich relativ gut ausgestattet Lantern Lantern Letern Letern Verlust Ähm Okay hier ist dieses Ding Das ist uncool Das ist super uncool Peng Ähm Peng 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 Ich verschieße mein Geld und sterbe Juhu Ja geil Ich denk meinen zehnten Tod Kriegen wir noch hin Keine neuen Waffen Tunnel Rate Speed Speed nach oben Und Armour nach unten Ja das kann ja nur geil werden Das kann ja nur geil werden Das probieren wir zum Schluss noch aus Die Watch Time ist wahrscheinlich so am Arsch Oh Kickdown I've done 9 Rounds Natürlich sollte man nach 9 Runs belohnt werden Dankeschön Nach dem 9. Run auf jeden Fall Finde ich angemessen Gut das war unser 9. Run Dann können wir jetzt hier auf So mein Freund Speed ist jetzt also nach oben Und Armour ist ganz weit unten Wir haben fast kein Leben Boah es tut mir so leid für euch Aber ich habe schon angekündigt Ich muss nochmal Vor allem Speed nach oben Können wir nicht irgendwie Arme nach unten Und mein Damage nach oben schrauben Warum muss es denn Speed sein Bin ich so gut in Dodgen Und warum Warum sind meine Sprünge plötzlich Mini Auch Okay Meine Armour befindet sich auf dem niedrigen Stand Ich drücke mal C Ach ne Quatsch E Jetzt habe ich ein Item benutzt Und ich weiß nicht was es gebracht hat Ich glaube ich habe jetzt mehr Leben als vorher Okay Okay Ich habe Geld Ich mache das Cool So sieht das also aus Wenn man ein Item kauft Jetzt habt ihr das auch mal gesehen Und los geht's Ach ich glaube das ist mein Gegner Oh 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 die Wende Klaus 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 Ich mag das hier nicht Ich bin doch gleich tot Ich bin gleich tot Wenn der Raum noch kleiner wird Pickle Spy Crew Sag mal Wer hat sich das denn ausgedacht Guck da an die Decke Nein Nein die Raketen von links Ich habe sie schon gesehen Happy Birthday Wir haben sogar einen Schiefen mit dafür bekommen Oh Leute lasst uns mal reingucken At least You get an Schiefen Die Wende Die Wende Die Wende Die Wende Die Wende Ach Jetzt haben wir alle Spielen Irgendein neues Spiel Play Unload Da werde ich jetzt auch reingehen Witzigerweise Cool dass ihr mit mir hier wart In Tower of Guns Das Spiel ist crazy Hier ist die Collection Wir haben Wir haben The Goggles The Goggles do nothing Ja vielleicht schon Instatilt Plus 88 Gold Pocket Change Generator Ja das sind so ein paar Items Die gucken wir uns alle irgendwann Nochmal an Hier sind die Credits Supportet diese Menschen Wenn ihr das Spiel toll fandet Und Äh Da versucht jemand Empfang zu kriegen Das ist ein interessantes Antennengerüst Äh Danke fürs Zuschauen Ich fand es toll Dass ihr doch tatsächlich Bis zum Ende durchgehalten habt Für alle Die diesen Satz Ich weiß nicht Irgendwas mit Selbstsense So was Gemacht haben Meldet euch echt in den Kommentaren Ich nehm Kontakt mit euch auf Ihr kriegt ein Steam Game Ich find's Ich geh nämlich davon aus Sagen wir bis Ende April Dass wirklich Keiner In den Kommentaren Senfsauce schreibt Oder was ich da vorhin gesagt hab Keiner Beweis mir das Gegenteil Und Ich will ja nicht mal einen gescheiten Kommentar Ich könnte ja sagen Like das Video Aber ich sag Schreib Senfsauce Gut Ich bin übrigens nüchtern Falls sich das gerade der ein oder andere fragt Und Verabschiede mich Bis zum nächsten Mal In irgendeinem anderen Knackenspiel In diesem Fall war es Tau auf ganz Und Ich verabschiede mich Euer Crash Wir ahn Granfrutsauce Ich bin übrigens Wie er